Hallo, mein Name ist Sarah. Ich zeige hier einen möglichen Workflow für die dezente Bearbeitung von digitalen Fotografien, die auf Grabung entstehen. Im vorangegangenen Video habe ich gezeigt, wie man RAW-Bilder aus der Kamera für die Archivierung in das Format TIFF konvertiert. Ähnliche Schritte unternehme ich nun, um die Bilder für eine Veröffentlichung beispielsweise im Netz auf einer Social Media Plattform oder einen Blog bereitzustellen. Diese Daten sind nicht für den wissenschaftlichen Gebrauch oder die Archivierung vorgesehen. Daher sollten sie nicht innerhalb der ursprünglichen Ordnerstruktur gespeichert werden, um keine Verwechslungen zu provozieren. In der Stapelverarbeitung wähle ich für die Ausgabe also einen Ordner außerhalb dieser Struktur. Ich habe dafür einen Ordner für temporäre Dateien angelegt. Der Dateiname soll wiederum der gleiche sein. Allerdings konvertiere ich die RAW-Bilder nicht in TIFF, sondern diesmal in JPEG. Eine komprimierte Datei. Ich kontrolliere die Einstellungen und folgendes gibt es nun zu überlegen. Möchte ich zum Beispiel Geodaten oder personenbezogenen Daten aus den Metadaten wirklich auf meiner Social Media Plattform veröffentlichen? Wenn ich das nicht möchte, muss ich hier nun festlegen, dass die Metadaten nicht mitgespeichert werden. Die Qualitätseinstellungen belasse ich dabei und konvertiere nun meine Auswahl. Im nächsten Schritt werde ich nun ein Bild beispielhaft bearbeiten. Das tue ich in der Open-Source-Software GIMP. Die teurere und wahrscheinlich potentere Alternative kennt jeder, das wäre Adobe Photoshop. Ich zeige zwei Dinge. Im ersten Schritt begradige ich das Bild und verändere den Ausschnitt. Im zweiten Schritt bearbeite ich den Farbkontrast im Bild, um den Eindruck der Bildschärfe zu erhöhen und einen ästhetisch hochwertigen Ausdruck zu erzielen. Ich betone dabei nochmal den Nutzen des Bildes in einem nicht wissenschaftlichen Bereich, für die Öffentlichkeitsarbeit etwa. Ich öffne das Bild, dessen JPEG-Variante ich ausdrücklich zum Bearbeiten hergestellt habe. Zum Begradigen hole ich mir aus dem Randbereich des Bearbeitungsfensters eine Hilfslinie und wähle im Werkzeugbereich das Rotationstool. Ich kann dann mit der Maus durch Klicken und Ziehen das Bild um einen Punkt im Mittelpunkt drehen, bis der Horizont gerade ist. Als nächstes beschneide ich das Bild, um dem Objekt mehr Bedeutung zukommen zu lassen und weniger wichtige Teile des Bildes zu verlieren. Ich möchte nochmal betonen, dass man diese Funktionen in jeder bildbearbeitenden Software finden kann. Das Ergebnis wird jetzt gespeichert und dafür sollte ich unbedingt meine Zielauflösung kennen. Wo wird das Bild veröffentlicht? Im Druck oder online? Weiß ich etwa, dass für die Online-Veröffentlichung die Breite nur 800 Pixel haben muss, dann stelle ich jetzt die Bildgröße auf diese Größe ein. Durch einen Klick veranlasse ich das Programm, die kurze Seite entsprechend zu verkürzen und das Seitenverhältnis zu bewahren. Für die Online-Veröffentlichung reichen 72 dpi. Für eine Veröffentlichung Druck müssten es mindestens 300 sein. Ich skaliere das Bild also auf die voreingestellte Größe und kann es im Anschluss speichern bzw. exportieren. Wichtig ist dabei, dass ich das Bild umbenenne, um nachvollziehbar zu machen, welche Veränderungen ich bei dem Bild vorgenommen habe. Ich habe die Bildgröße verändert und gebe dem Bildnamen daher den Zusatz cropped. Als nächstes möchte ich das Objekt noch etwas besser zur Geltung bringen. Dazu bearbeite ich die Farbwerte. Ich definiere den Weißpunkt neu und den Schwarzpunkt auch. Dadurch habe ich den Kontrastumfang des Bildes gespreizt. Im Ergebnis erhalte ich deutlichere und strahlendere Farben. Auch dieses Ergebnis möchte ich speichern und exportiere erneut mit einem weiteren Namenszusatz, um die Bearbeitung kenntlich zu machen. Was mit diesen Videos deutlich werden sollte, ist, dass der Dokumentationswert der Bilder immer im Vordergrund steht. Ihre Archivierung muss sorgfältig vorbereitet werden. Die Nutzung von solchen Fotos im nichtwissenschaftlichen Bereich soll deutlich abgegrenzt und die Art der Manipulation gekennzeichnet werden.